Wir sind hier heute auf der Landesmesse Stuttgart im Kreis Esslingen am Flughafen und heute beginnt die große Neujahrsimpfaktion im Zusammenhang mit den anderen Hilfsorganisationen der Malteser, Johanniter, des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr und natürlich Deutschen Roten Kreuz. Wir impfen hier insgesamt 20.000 Impfdosen in den nächsten vier Tagen. Heute beginnt oder heute hat es begonnen, heute Mittag bis heute Nachmittag oder heute Abend um 23 Uhr und dann die nächsten Tage inklusive Heilige Drei Könige von morgens sieben. Also können Sie praktisch vor dem Geschäft noch schnell zum Pieksen vorbeikommen bis abends um 23 Uhr. Man erhofft sich natürlich dadurch, dass wir diese elendige Pandemie endlich fertig bekämpft haben und wir alle wissen und auch die Virologen und alle Fachleute wissen, je mehr Menschen geimpft sind, desto schneller hat man eine Grundimmunisierung der gesamten Bevölkerung erreicht und den Nährwert oder den Boden für den Virus somit kleiner gemacht und dann ist die Ausbreitung auch schlicht und ergreifend geringer. Ja, sie fährt hierher, dann reiht sie sich in die Autoschlange ein, dort werden sie dann eingewiesen, fahren dann in die Messehalle rein an einen der 24 Impfplätze. Sie können sitzen bleiben, der Impfarzt kommt zu Ihnen an die Autotür, Fenster runter, beantwortet Ihre Fragen und dann dürfen Sie Ihren Arm freimachen und dann bekommen Sie die Impfung. Sie bekommen auch gleich den QR-Code mitgeliefert und sind somit entweder erst geimpft, zweit geimpft oder geboostert. Kinder werden auch geimpft. Die Ständige Impfkommission, die STIKO, hat es ja jetzt freigegeben. Es werden Kinder geimpft von 5 bis 11 und natürlich auch darüber hinaus die Kinder von 11 bis 18 sozusagen. Jugendliche ab 16 dürfen ohne Erwachsene Begleitpersonen kommen und die Kinder darunter müssen eine Begleitpersonen dabei haben und dann werden auch Kinder geimpft. Die bekommen einen anderen Impfstoff, also nur BioNTech, aber eine kleinere Dosis und speziell auf den Kinderkörper ausgelegt. Ganz normal wie die anderen Impfungen eigentlich auch. Also es hat ein bisschen wehgetan, aber ja. Ich finde das ganz gut. Ja, also geht alles, ist ja eigentlich so unkompliziert und ja, hoffe, dass da auch viele Leute kommen. Ja, haben wir uns schon überlegt, ob wir das jetzt möchten. Haben es auch zu Hause diskutiert, machen wir es oder machen wir es nicht. Weil es jetzt eben erst 5 Monate rum waren, aber haben wir uns dann doch entschieden, dass es für uns wichtig ist, auch wegen der Schule. Und ja, einfach um die Sicherheit zu haben, dass einfach, ja, die Sicherheit einfach zu haben, dass sie das nicht bekommen kann oder eben an die Körper bildet. Wir haben jeden Tag 180 Helfer vor Ort. Insgesamt also für die nächsten, für die Tage, die 4 Tage, sind über 1000 Helfer im Einsatz. Von allen Hilfsorganisationen, wie gesagt, und im Zusammenschluss, im Schulterschluss aller Hilfsorganisationen unterwegs. Also ich habe heute meine dritte Impfung, die Booster-Impfung. Und ja, wieso ich die mache? Na gut, also ich habe, ich hole ein bisschen länger aus. Ich habe einen Kumpel, der sich in der ersten Welle, wo es noch keinen Impfstoff gab, an Corona infiziert hat. Und jetzt noch mit den Nachfolgen kämpft, also Long Covid hat. Und ich möchte es einfach nicht erleben. Und deswegen lasse ich mich jetzt boostern und damit wir alle irgendwann dann wieder ein schönes Leben haben. Also die Aktion hier läuft klasse, ist alles wunderbar organisiert und lief von vorne bis zum Schluss jetzt albern frei. Nicht lang. Das waren vielleicht 10 Minuten. Aber man kriegt auch einen Zettel, den man ausfüllen muss. Also man kann die Wartezeit gut überbrücken. Genau, gibt kurz einen Pieks, nicht erschrecken. Gut, prima. Flutet nicht, gell? Frauen, Sie können sich direkt rutschen. Sie fluten, möchten Sie ein Pflaster haben? Ja, kriegen Sie noch eins, gar nicht? Ein Heldenpflaster.